Ja hallo und ein herzgekommen zurück zu Master Effect Antromeda und wieder mal dabei ist der Smokehawk. Servus! Und die zwei Rentehams wie immer. Ah, der Web-Wetter. Die ist schön, die ist schön. Die Apex-Mission. Die Web gefällt mir. Ähm, ja. Hat aber viele Ecken und Winkel, also äh. Das macht die ja so reizvoll. Also, theoretisch kannst du dich gut verschanzen dort und so weiter. Ja, aber manchmal ist es... Äh, wo geht man hin? Ich hab keine Ahnung. Gehen da runter? Ich weiß ja, hier ohne nichts so wirklich, von wo die Gegner hier so kommen können. Auch nicht. Aber glaube ich weiß, äh, von hinter uns. Oh, ne. Okay. Ging doch schon mal gut löst du. Äh? Ach, da hinten sind welche. Okay. Ach, du hast schon geholfen. Okay. Oh! Ich lieb. N3 Decoder. Aha. Interessanter Name. Genau. Der hat mich gerade wieder überlebt. Der ist mir sympathisch. Dame. Hast du mich im Tunnel oder was? Was? Oh. Was ist der da hinten? Ich bin verloren. Danke für die Verstattung. Danke. Oh, ich muss nachladen. Es sind nur noch drei Gegner übrig. Zwei Gegner. Was ist das? Da ist ja einer. Das nenne ich mal deine überzeugende Leistung. Halten Sie sich bereit. Gut gemacht. Okay, wo gibt's Muni? Ja, hier unten. Zum Beispiel. Röchte ich hier auch mal. Ach ja. Ach, da hinten sind welche. Okay. Boah. Ja, irgendwie sterb ich heute. Waffe. 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 ich brauche sehr gut bleiben sie wachsam die frau ganz gut Ja, irgendwo Monique ist. Oh, nee, Mann, ey. Kann ich ein gut zielen. Ich nicht. Einer ihrer Vitalmonitore zeigt sich... Der Schlieger, oben. Das Spiel ist ja uniförte Ruhe gedacht, sondern du musst hier schnell reagieren. Ja, aber man könnte ja auch mal ein bisschen zielen. Ich hab's mal so gut aufhören. Ein Ziel wurde neutralisiert. Au! Null! Da! Also heute lieg ich... Hilft mir einer mal hoch? Nur unterwegs. Das ist nett. Aber auch knapp. Wo liegt da noch einer? Boah, einer. Es sind keine feindlichen Ziele mehr im Spiel. Was ist hier wie im Hinterlauf? Nein. Ich bin hinter einem Paar und versteckt. Habe ich gesehen. Das war's für den Moment. Die Sensionen zeigen nichts mehr an. Gute Arbeit. Gut gemacht. Sie bekommen Gesellschaft. Die werden ein paar Mal noch nicht so hindurch. Noch nichts. Aber wir werden schon bitten. Ja, mh. Oh, nee, nee. Ein Zerstörer. Oh, klar. Das war so klar. Alter. Da hat der Teammate mich blockiert, als ich abhauen wollte. Kann der mal sein... Oh, jetzt geht er hoch. Oh, scheiße. Heute mit Proprationen. Aber er hat das nicht aufgemacht. Er dachte mir, Mensch... Oh, scheiße. Ich komm nie... Alter, was? Ich wollte dich gerade wiederbeleben. Oder wurden so viele Gegner? Wieso? Ich? Hä, wer lag'n da da hinten? Ein anderer. zwei selbstmord drohen hast du das gesehen ja alle auf mich und war ich durch und dahin wird sein er hat die schwecken auch jetzt hoch Koma das ist nicht das Ding nicht ein Tor auch Mann immer hinter mir ja ich habe das Selbstkontrolle voll die Fresse gekriegt und sämtliche Feinde wurden eliminiert bleiben sie denn noch wasser er ist aber auch manchmal weiße Oh, nee, nee, nein. Ups. Er lebt noch. Er lebt kein Schutzschild mehr. Mehr. Oh. Er hat ein Störer. Ich habe meine Schilde verloren. Noch einmal abbrauchen. Ein Teammitglied ist verletzt. Ein Teammitglied ist verletzt. Weiß ich wollte den Helden bisher noch tun. Oh, shit. Gib hier weiter nicht auf. Nein. Vielen Dank. Danke. Ich glaube, ich habe den Zerstörer, ob ich... Kaum noch Munition. Oh, nein. Ich habe meine Schilde verloren. Ein Teammitglied ist verletzt. Oh. Wiederbelebt wurden. Hä? Ich? Wieso? Ich war noch nicht bei Tod. Kaum wurde gerade gesagt, ein Teammitglied. Ein Teammitglied, aber ich weiß nicht. Lebt derjenige wieder? Ja. Oh, sieht so danach aus. Okay. Das an die Lachen leben. Oh, das hat er so fort. Die Gegner stehen noch. Oh. Den suche ich auch gerade. Da hinten. Das war's für den Moment. Die Sension zeigen nichts mehr an. Gute Arbeit. Unser Geheimdienst braucht einige Daten von ihrer Position. Achtung von dem Zerstörer! Oh oh. Also den Zerstörer möchte ich nicht machen. Das kann mal jemand anderes so noch nicht übernehmen. Au! Warum auf mich? Ich war so schön verschanzt. Ist er, ist er da? Oh nein Mann! Ich wollte doch nur mal eine Coupa zünden. Oh! Der hat's schon getan. Hier ist noch einer! Hier ist noch einer! Hier ist noch einer! Schöne Wetter, das gibt's so nicht! Hier! Ah, mein! Wie geht der jetzt auch hier? Jetzt hättest du da hin bei! Ich hab' daneben getroffen! Ich hab' daneben getroffen! Ich hab' daneben getroffen! Mö? Meinst du nicht daneben geschossen? Ja, 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 ja! Es geht doch mal alle bitte aus dem Weg! Ich kann nicht schießen! Den hab' schon rot weggemacht! Mach' der gerne einfach! Nur noch drei! Schalten Sie sie aus! Ich hab' keine Munition mehr! Teammitglied gefallen! Also ich hab' keine Coupa mehr, ja? Hast du überhaupt den Coupa geschossen? Ja, zwei Stück! Interessant! Das nenne ich mal deine überzeugende Leistung! Halten Sie sich bereit! Oh, ey! Ich hab' auch keinen Coupa mehr! Ich hab' alle vier verschossen! Ein Shuttle ist auf dem Weg zu Ihnen! Wir geben Sie sich in die Exfiltrationszone! Oh! Oh! Oh, oh! Der kommt! Oh, da ist auch noch einer! Ich komm' hier nicht weg! 4 Stieger ich so noch da ich lieber noch ob du noch liegst habe ich gefragt die strahlen typisch die machen ja so ekelhaften schaden ja das schießt gleich boah ich hab grad Frame einbrüche aber rum ja ich hab ne Ahnung lief grad in Zeitlupe ihr solltet mal zum Tunk kommen der erst gleich tut oh meine wo ja warum interessiert es dich ne ne oh ich bin doch da was denn alter boah ey ich hab's grad so weißt ja aber du hast es auch geschafft ne ich glaube ja theoretisch halt heftig bei mir war der Pitsch um Ranschenrot ich wusste nicht mehr wo ich noch hinrennen sollte in jeder Deckung wurde ich angeschossen ja bei mir auch boah Hauptsummern hat es geschafft so einer hat es nicht geschafft du hast es auch nicht geschafft ich war aber im Kreis versteh ich nicht alles ist kommen also dann Leute wenn es euch gefallen hat dann macht ein Like oder schreibt uns oder schreibt uns in den Kommentaren und abonniert uns von unserem YouTube macht das wird uns freuen das war's bis denn tschüss tschüss